Herzlich willkommen zum Webinar Einkommensfunnel. Meine Mission ist heute schnell erklärt. Ich helfe dir, Schritt für Schritt ein solides Einkommen aufzubauen. Ich zeige dir meinen Weg, dank dem ich im letzten Jahr über 119.000 Euro nebenbei, also passiv, verdient habe. Klingt das spannend? Dann starte jetzt mein kostenloses Webinar Einkommensfunnel. Profitiere von meinen Erfahrungen und dem Wissen der erfolgreichsten Marketern unserer Zeit. Denn für jeden einzelnen Meilenstein des Weges habe ich die Coachings der weltweit besten Experten eingekauft. Jeff Walker, Tony Robbins, Ryan Dice, Russell Bronson, Frank Kern und wie sie nicht alle heißen. Und all das Wissen, wenn du so willst, 100 Jahre Expertenerfahrung habe ich dann in einer Strategie verdichtet. Deinem Einkommensfunnel. Also, statt die nächsten Jahre mit Coachings zu verbringen, nimm einfach einen fertigen Best-of-Weg ein, der erprobt ist. Dabei starten wir allerdings etwas kleiner, denn ich möchte, dass jeder starten kann. Und in der Tat liegt unser System komplett mit Null los. Null Budget, Null Ahnung, wenn du willst. Und vor allem brauchst du nicht einmal ein eigenes Produkt, um dein erstes Geld verdienen zu können. Im zweiten Schritt des Prozesses bauen wir dann das System etwas aus, damit nach und nach aus dem Nebeneinkommen ein echtes Einkommen wird. Und die dritte Phase ist dann die wichtigste. Die Königsdisziplin besteht darin, den Prozess so weit zu automatisieren, dass wir uns nach und nach dem passiven Einkommen nähern können. Und jetzt macht es richtig Spaß, denn eines kann ich dir aus tiefster Überzeugung sagen. Ein regelmäßiges, sicheres Einkommen gibt dir nicht nur das Geld, sondern es gibt dir vor allem die Freiheit. Die Freiheit, das zu arbeiten, was du arbeiten möchtest. Zu arbeiten, wann du möchtest, wo du möchtest, mit wem du arbeiten möchtest. Und was für mich das Allerwichtigste ist, es gibt mir die Sicherheit, dass ich, dass meine Familie versorgt ist. Bist du dabei, ein paar Minuten für dein Business, ein paar Minuten in deine Zukunft zu investieren? Dann starte jetzt mein kostenloses Webinar Einkommensfunnel. Aber ich muss dich warnen, es geht hier nicht um wilde Versprechen, dass du morgen Millionen verdienen wirst, auch wenn ich das jedem von euch gönne. Nein, wer Erfolg haben will, muss investieren. Zeit und Arbeit. Vor allem, wenn du startest. Vor allem, wenn du noch kein Produkt, keine Kontakte hast. Wir können ans Ziel kommen, aber wir müssen was dafür tun. Und wir wollen hier keine Luftschlösser bauen, sondern ein Business aufbauen. Die gute Nachricht ist aber, im Laufe der Zeit schafft man sich dann nach und nach mehr Freiheiten. Und es wird dann durchaus möglich, Geld zu verdienen, während man eben nicht daran arbeitet. Und darum geht's. Denn nur wer sein Ziel kennt, geht auch in die richtige Richtung. Seit 20 Jahren helfe ich jetzt Unternehmen und Selbstständigen, sich auf dem Markt zu positionieren. Ich coache für das Kompetenzzentrum der Kreativwirtschaft, der Bundesregierung und dem Verband der deutschen Wirtschaft. Und gerne helfe ich auch dir, diesen nächsten Schritt in Richtung sicheres Einkommen zu gehen. Unser Ziel ist dabei klar, es geht darum, sich um Geld möglichst keine Sorgen mehr machen zu müssen. Und ich denke, für dieses Ziel lohnt es sich dann auch, Arbeits und Zeit zu investieren. Aber wie jede Reise beginnt auch diese mit dem ersten Schritt. Und jetzt bist du dran. Starte dein kostenloses Webinar Einkommensfunnel. Ich freue mich, dich gleich im Webinar zu sehen. Ciao, der Marco.